Einen recht schönen guten Abend meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserem heutigen Silvesterprogramm und wünschen einen recht guten Empfang. Allein die Welt hat mich vergessen, ich will nur um, hast da einfach geschessen, ich sitz zu Hause, keine Lust, sogar nicht. Ich schau die Glatze an, don't just want to everyone, ich glotze und es noch nicht zufüllen, ja, ich kann nicht erzählen, es ist alles so schön gut hier, ich glotze bei, 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 Ich bin zu tun, verlassen schon mein Leben, wow, 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 Ich sag' ich gar nicht in Schein, ist einer so schönes Hund hier. Ich klotz den Bauch! 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 Ich bin im Eisenbahn, ich mach' kein Buch mehr an. Ich bin in der Natur und hab' mir geriert, oder? Ich hab' mir am Zimmer, da hab' ich mir zwölf schon hinter mich gemacht. Ich hab' mir gewollt, ich hab' mir gewollt. Und ich hab' mir schon gewandelt, denn ich hab' uns gelaufen. Wirk' 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 Ich hab' mir schon mal einen, aber besser! Papper, 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 Papper! Ich schau' ich mit dem Glotz den Bauch! Ich hab' mir so einen schlau'n knack'n. Ich klotz den Bauch! 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 Das war's. 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 Das war's.